Lee, ist alles in Ordnung? Ihr nicht die Schuld. Ich sollte traurig sein über das, was sie durchgemacht hat. Ja? Hast du die Nachrichten gesehen, die im Fernsehen haben gesagt, dass der Tatverdächtige erst 16 ist? Ich schwör's dir, ich habe echt nicht gewusst, dass er sowas tut. Möchtest du etwas sagen? Wieso hast du das getan, Lille? Sie wollen eine Story? Dann fragen Sie doch mal die Eltern des Jungen, wie es kommt, dass ihr Sohn so ein Monster ist. Du erredst bestimmt nicht, wer sein Vater ist. Was hast du denn gegen Fitzgerald? Er ist verachtenswert. In Wahrheit habe ich meinen Vater das letzte Mal gesehen, da war ich sechs. Anscheinend beschäftigt dich der Junge auch was. Er ist auf jeden Fall fasziniert. Er ist nach Hause gekommen und hat gesagt, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Er ist vielleicht wegen des Mädchens durcheinander. Sag mir einfach nur, dass alles gut werden wird. Ich kann aber nicht dafür sorgen, dass alles gut wird. Leider. Hey, Leland, ich wollte dir noch was über Becky erzählen. Was? Denkst du oft an Becky? Die ganze Zeit. Sie war mit einem Kerl liiert. Du hast mir gefällt? Das war eine echt üble Geschichte. Hast du eigentlich eine Ahnung, was du ihrer Familie antust? Hör auf! Liebst du diesen Kerl? Nein. Und dann bist du wütend geworden. Du bist auch bloß ein Mensch. Den Satz hört man immer nur, wenn die Leute irgendwas Schlimmes getan haben. Was sagst du dann? Nein, ich komme sofort. War er wütend auf Sie, weil Sie weggezogen sind? Ich bin auch nicht sehr gut darin, die emotionalen Reaktionen an Rauferreignisse einzuschätzen. Das kann nicht sein. Ich kenne all Ihre Bücher. Ich auch. Nützt mir aber nichts. Wenn ich sage, dass ich mich an diesen Tag nicht erinnern kann, dann lüge ich nicht. Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, aber es geht einfach nicht. Zumindest nicht an die Sachen, an die ich mich erinnern soll. Wir haben noch nie einen solchen Fall gehabt. Niemand hat das. Möglicherweise hat er Ihnen was gesagt. Hat er das?